Ich sage es gerade noch, jetzt kommt die Bütte. Wir sind da. Moin liebe Freunde und herzlich willkommen zurück bei My Fishing Paradise. Heute habe ich wirklich etwas ganz besonderes für euch am Start, so wie jedes Mal. Ihr seht es, wir sind Affen. Ich bin nicht in Deutschland, ich bin nicht an der Elbe, ich bin nicht am Schweriner See. Nein, ich bin heute in Kenia und fahre auf die ganz großen Fische ein. Ich mache mal meine Brille ein bisschen gerade. Ich bin selbst ein bisschen aufgeregt, das ist das erste Mal. Und ja, wir sind hier in Diani Beach, ich bin mit meiner Freundin unterwegs. Und ja, die begleitet mich heute und wir werden ein paar Dinke Fische fangen. Ein absoluter Zielfisch für mich, oder ein Traum wäre ein Mahi Mahi. Blue Marlin, Sailfish, GT, ich nehme alles, was geht. Ich bin gespannt, wir haben ein Boot für uns. Es geht jetzt los, es ist 6 Uhr morgens. Ein bisschen früh für uns, ich gebe euch ein paar Eindrücke. Wir sehen uns gleich auf dem Schiff, wenn es heißt My Fishing Paradise. So liebe Freunde, es sieht hier einfach wunderschön aus. Es ist früh am Morgen, das Auto lassen wir hinter uns und vor uns liegen die Boote, mit denen wir gleich rausfahren und einen richtig geilen Tag haben werden. Mal gucken, wenn was geht, freue ich mich mega, mega. Wenn nichts geht, macht es einfach nur ein schöner Tag, aber schauen wir mal. Da sind unsere Jungs, die Gipfel. Jetzt benutze ich auf den Bordel und bezieht unsere Jungs. Das sind die Karstadt, das sind die Wauru, das sind die stirrucks, das ist sogar für Ent granting. Aber, über Entpassen wir hiervangen, wo funktioniert das? Alles, was hier passiert ist. Perfekt! Das ist Mohamed, und wir fischen. Ok. Die Kollegen bereiten im Hintergrund schon mal die Trawling vor. Das heißt, welche Angelmethode haben wir heute am Start, das ist Trawling. Ich denke nicht, dass wir die Fische gezielt anschmeißen werden. Aber vielleicht haben wir ja nachher die Chance, mal raubende Fische zu sehen und zu gucken, was geht. Ich habe richtig Bock. Mohamed bereitet die Angang gerade vor. Das ist ein guter Sound. Das ist ein guter Sound. Das ist ein guter Sound. Das ist ein guter Sound in der Welt. Das ist eine gute Musik. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht. Eine Menge Vögel. Ja, man kann sie hier sehen. Kleine Möwen. Die Ausschau halten nach kleinen Fischen, die von großen Fischen an die Oberfläche getrieben werden. Und wir versuchen jetzt durch diese kleinen Fischschwärmer an die Oberfläche zu schleppen. und die großen Jäger der Meere auf unsere Feder aufmerksam zu machen. Man merkt, die Spannung steigt. Wichtig ist immer die Vögel zu finden. Nach denen halte ich jetzt auch schon. Und das ist der Zeine. Das sind gute,��. Das ist die Yellow Tube. Wuhu! Jetzt stehst du die Angel da rein und den Kurbel starten. Einfach Kurbel und die Router sind da ein. Schau, dass dieser zerfischt. Aber, wie soll es sein? Ja, du bist. Das ist ein ganzes Baby. Ich bin ein ganzes Baby. Ich bin ein ganzes Baby. Ich bin ein Baby. Ich bin ein Baby. Ich bin ein Baby. Ich frage einfach mal direkt. Man, was ist dein Fishing Paradise? Ja, wirklich Fishing Paradise, hier in den Genen. Wir lieben die Entspannung des Fischs, wie es geht, wie es geht, wie es geht. Das ist ein Ambition für uns. So, Mohammed, was ist dein Fishing Paradise? Mein Fishing Paradise, all of my life, I like Fishing. I like this fishing, it's about 20 years ago now. And I catch different fish, I eat different fish. We like fish from the family. I have family, they want fish. Me, I like fish. It's really fantastic. We like it, because we have been used in several fishing equipment, like local fishing, fishing with hand line. Now we have been in digital work, fishing with trawling, with gear line. So it gets, making us easy to fish. That is our Fishing Paradise. That is my job. That is my hobby. Your hobby and job? My hobby and my job, yeah. Perfect. That's why always you find me on the ocean. Found it. Found it. Okay, well I'm not big. Okay. Okay, quick. So, Damn, I try. So its that hard. So its that hard. My hobby drops all the time. So things I used to be so like here and where I hold the이라고 우 απο attacks allows Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020